Hallo, das ist der Gregor von Pfotenteam und das hier ist Patchouli. So dünn und abgemagert, komplett verängstigt, haben wir Patchouli im Zwinger gefunden. Jetzt, zwei Wochen später, beim Spaziergang, geht es ihm schon viel besser. Er ist nicht allein im Zwinger, er ist zusammen mit Luke. Beiden verstehen sich gut. Er ist jetzt auch in guten, in besseren Händen. Nachbarn hatten sich beschwert, beim früheren Besitzer bzw. im Tierheim, dass er schlecht gehalten wurde. So ein wunderschöner Jagdhund, leider kopiert, kann leider nicht in die Schweiz einreisen, aber ein ganz herziger Kerl, sehr anhänglich, fast ein bisschen zu anhänglich, aber es ist kein Wunder, solange wer alleine war, wie er in schlechter Haltung gelebt hat. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.